Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 11. März. In Wiesbaden wurde eine Wasserleiche gefunden und die GDL ruft ab Dienstag erneut zum Bahnstreik auf. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Leichenfund in Wiesbaden, ein großes Polizeiaufgebot mit Hubschraubereinsatz, hat am Sonntag die Bürger rund um Iggstadt und Kloppenheim aufgeschreckt. Passanten berichten von Beamten der Spurensicherung, die ein Zelt auf Iggstatter Gemarkung Richtung Kloppenheim am Weschbach aufgebaut hatten und von einem kreisenden Hubschrauber. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, hatten Spaziergänger am Vormittag gegen 11 Uhr eine Leiche im Wasser entdeckt. Sie habe schon länger dort gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Noch könne er keine weiteren Angaben dazu machen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handele und in welchem Alter sie war. Auch die Hintergründe seien unklar. Gegenstand der Ermittlungen sei nun, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder ein Tötungsdelikt handele. Aufschluss darüber erhoffe man sich von einer Obduktion, die in den kommenden Tagen in der Gerichtsmedizin stattfinden werde. Der Hubschrauber sei ohnehin in der Nähe gewesen. Man habe ihn genutzt, um Übersichtsaufnahmen zu machen, so der Polizeisprecher. Die GDL hat für die kommende Woche erneut einen Bahnstreik angekündigt. Bereits ab diesem Dienstag um zwei Uhr nachts soll der Personenverkehr nunmehr zum sechsten Mal weitgehend zum Erliegen kommen, wie die GDL am Sonntagabend mitteilte. Bis Mittwochmorgen um zwei Uhr soll der Streik andauern. Im Güterverkehr soll der Streik bereits am Montag um 18 Uhr beginnen und am Dienstag um 18 Uhr enden. Damit liegen nur etwas mehr als 24 Stunden zwischen der Ankündigung des Arbeitskampfs und seinem Beginn. Gewerkschaftschef Klaus Weselski hatte bereits vor dem vorigen Streik angekündigt, der Bahn und den Fahrgästen künftig deutlich weniger Vorlauf zu lassen, um sich auf den Arbeitskampf einzustellen. Die GDL hatte Bereitschaft bekundet, am Montag wieder zusammenzukommen, unter der Voraussetzung, dass die Bahn ihr bis Sonntagabend um 18 Uhr ein neues Angebot unterbreite. Die Bahn erneuerte jedoch lediglich ihr Angebot an die Lokführergewerkschaft GDL zur Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen an diesem Montag. Ob die Bahn in der Kürze der Zeit wieder einen Notfahrplan auf die Beine stellen kann, blieb zunächst unklar. Lufthansa Cargo plant wohl einen Pendeldienst speziell für die rasant wachsende chinesische Handelsplattform Temu. Chinesische E-Commerce-Apps mischen seit einiger Zeit den Online-Handel in Europa auf und wachsen in atemberaubendem Tempo. Laut aktuellen Daten der Nachrichtenagentur Reuters verschicken die Plattformen Temu und Scheen jeden Tag 400.000 Pakete allein nach Deutschland. An ihren Methoden gibt es Kritik. Vielfach würden europäische Verbraucherschutzvorschriften und Kennzeichnungspflichten missachtet. Kontrollen gebe es kaum. Auch der deutsche Zoll sei mit der schieren Masse schlicht überfordert. Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland erreicht bislang viel von der Massenware am Brüsseler Flughafen europäischen Boden und wird von dort weiter verteilt. Das könnte sich jedoch mit der Direktverbindung in die chinesische Millionenstadt Chengzhou, die exklusiv für Temu genutzt werden soll, ändern. Ob die Handelsplattform in Zukunft auch mit eigenen Flugzeugen Ware transportieren möchte, bleibt zurzeit offen. Eintracht Frankfurt hat sich am Sonntagabend gegen die TSG Hoffenheim mit 3 zu 1 durchgesetzt. Im Rennen ums europäische Geschäft war es ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem die Eintracht den sechsten Platz untermauerte und die TSG auf sieben Punkte distanziert. Neben den Punkten konnte sich die Eintracht mit dem Sieg auch selbst einen Erfolg zum Vereinsjubiläum schenken. Nachdem die Hoffenheimer in der sechsten Minute früh mit 0 zu 1 in Führung gegangen waren, glich Frankfurts Abwehrchef Robin Koch in der 32. Minute mit einem gut platzierten Flachschuss auf 1 zu 1 aus. Das Spiel für sich entscheiden konnte die Eintracht dann allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Mithilfe von hohem Pressing wollte die SGE den Gegner unter Druck setzen, was letztendlich auch gelang. Mit den Toren in der 50. Minute von Junior Dina Ebimbe, gefolgt vom 3 zu 1 durch Götze in der 64. Minute, konnte sich die SGE belohnen. Spätestens in der 78. Minute, als mit Ozan Kabak der zweite Hoffenheimer vom Platz gestellt wurde, zweifelte keiner der Eintracht-Fans unter den 57.000 Zuschauer mehr an dem verdienten Sieg. Nach einem Brand im Oktober 2023 im Bad auf der Marauhe ist die Zukunft des Bades noch nicht entschieden. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende und Matiakwa-Chef Thomas Baum bezeichneten den finanziellen Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Schon jetzt ist klar, dass der bauliche Zustand des Gebäudes nicht befriedigend ist. Drei Varianten stehen aktuell weiter im Raum, die Sanierung der von dem Brand betroffenen Gebäudeteile, eine Generalsanierung des Bades oder der Abriss und Neubau. Für das Projekt überlegt man die Stadt Mainz mit, ins Boot zu holen. Erwartungen an eine finanzielle Beteiligung dieser sind derweil allerdings gering. Festhalten wird der Bäderbetrieb aber an den Plänen zur Sanierung des Freibades Marauhe. Sie sollen Stand jetzt Anfang 2025 beginnen und sich über die komplette Saison ziehen. Zum Frühsommer 2026 könnten die Becken dann wieder öffnen, so die Vorhersage. Auch um eine Verzögerung der Baumaßnahmen der 59 Jahre alten Anlage zu verhindern, wurden die Überlegungen zur Traglufthalle schnell wieder verworfen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de.